So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Trilogie. Silberrücken und Freunde mit Mui. Und ich bin auch dabei. Ja, du bist auch dabei. Du weißt, du konntest immer als drittes. Ja, weil ich gerade irgendwas von Freunden gehört habe, da will ich mir jetzt... Da wolltest du dich nicht einfach so in den Kreis reinziehen. Genau. Finde ich auch sehr unsichtig von dir. So bin ich. Ja, eigentlich wollte Geri schon wieder Player an uns Battleground spielen, aber Mui und ich mussten ihn da irgendwie so ein bisschen von abbringen. Ja, ich bin zurück dann auch. Echt? Ja, wie könnte man auch nicht, Alter, so ein geiles Spiel. Ja, und dann habe ich hier Shellshock spielen wollen und sagte, Mui, nee Leute, das geht gar nicht. Wir müssen auch irgendwann nochmal League of Legends spielen. Spielen wir kaum noch. Wir müssen hier weiter Liga-Punkte verlieren. Ah, geht an. Echt? Indem wir gegen Diamond und Platin spielen. Ich ignite gleich den Blue-Buff, Alter. Jetzt sehen wir was davon haben. Wo ich spiele dann nur ADCs, die haben keine Ignite. Was benutzt du bei Brand als... Ignite wäre wahrscheinlich zu naheliegend. Hier, Mui dann immer hier. Auch als Brand? Ja. Auch in der Midlane, ja. Okay. Mui ist halt ein Gimp. Ah, Hook vollkommen versaut von Thresh. Er war da jetzt wieder mit seinem scheiß Schuss. War da ein bisschen zu lang. Alles klar, Geron. Vorsicht, Hook. Boah, haben wir ein Glück, ey. Wieso ist ja schon zwei, der Wichser? Hier, seit wann spielt man denn Thresh mit Münze, Kari? Kann man? Ja, seit wann? Wie, seit wann man das kann? Ja. Seit wann ist so Keksriegel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, die... Wann ist so Keksriegel? Heißen die wirklich mal Keksriegel? Ja. Unmöglich. Raiders waren gut. Wann das auch Keksriegel? Genau genommen, ja. Technisch gesehen? Äh. Ja. Jetzt wechseln. Ja. Vor allem jetzt. Ganz frisch reingucken. Malzahase übrigens, Jungle, ne? Jungle? Ja. Gab es auch mal eine Zeit für. Ja. Ja, mit der sagt, schon Keksriegel, ne? Ja. Ja. Die Tenkin, ne? alter erhuckt hier wirklich alles für einen hock total ist es ist so ein sorry hat er immerhin immerhin colorak hier mit malzer haas mitte ich gehe da mal hinterher wo ich vor sich das ist angeschlagen weiß ich nicht das fand ich alles ziemlich ähnlich zeiten kann sein das malzer haken ich sehe nicht ich komme nicht ran kommt überflüssig dahin zu gehen ist aber ich kann keks nehmen man muss auch die positiven betrachten immer huck thrash kommt hooker thrash das war noch mal ein geiles game thrash hooker und blitzcrank hooker hooker hat er da kein mann mehr gerade oh shit Ui, du musst weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Gut. Ja, fuck. Ja, sorry, ich hatte nur kein Mana mehr, um dich dann noch irgendwie mehr zu schützen. Das hat sie mit ausgeblieben. Ja. Los, Pippa, jetzt! Nein, noch nicht, jetzt, Moment, jetzt, ja, genau. Ui. Boah, jetzt, das Licht. Ihr Wunsch ist hier in der eigenen Geweiden nicht fremd. Nicht ganz unähnlich, er stinkt und steckt voller Gefahr. Ist hier, denkt ihr, irgendwo unterwegs? Da sind wir, wenn wir uns jetzt reinkommen. Ja. Boots! Dachte er sich wohl so. Oh, Pink Ward, das ist aber nett. Bitte, ja, danke. Ja, Pech gehabt mein Freund, den musst du jetzt selber ausbauen. Ist hier Malze Hahn gerade mal wieder gesehen worden, irgendwo? Vermutlich, ich warte hier in einem Gebüsch auf mich oder so, ich weiß es nicht. Ich muss euch jetzt ein wenig haben. Ich muss jetzt ein wenigstens gehen. Ich muss euch jetzt hier in einem Gebüsch aufschauen. Die Ward ist gerade weggegangen. Achso, Thread-Trundle ist an Drake. Ich muss dann mal zu Trundle-Mui. Jawoll, sauber. Malzahar in der Mitte. Ist jetzt Richtung Top weggegangen. Mui, 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 Mui! Oh, danke. Hier in Mi Blue. Du hast schon Blau. Schande. Ich hoffe, wir will ihn nicht nehmen. Ne, ich will er nicht. Einglöcke. Ich dachte schon Schlimmstes. War schon gedacht, Alter. Mui, willst du länger bleiben, dann pass bloß auf deine Gesundheit auf. Oki macht sich nämlich Sorgen. Ja, ich weiß, sie sind meistens, äh, bin ich ja immer vorsichtig bei Mui, aber... Oh, wait. Ich denke, der Thresh trifft eh nicht. Ne, er ist ja noch die ganze Zeit still. Und denkt, der war AFK. AFK! Ja, das wäre schon Autofill-Support, oder? Glaube ich nicht. Wer hat denn als Autofiller... Oh, shit, darf ich nicht auch nicht auskriegen. Ich habe Ultimo, sollen wir da noch mal was machen? Genau. Gut, dann lass ich mich da noch mal hocken. Ich bin da ziemlich runtergepokt, aber der ist jetzt auch irgendwie nach Hause. Also, können wir ja nicht was machen. Na, Thresh, willst du mich fangen? Komm. Komm, ich Thresh, komm. Er ist lebensgefährlich hier. Scheiße. Habe ich die jetzt? Ja, du, was soll ich dazu sagen? Mich hat es genauso überrascht. Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Ich wollte einfach nicht mehr Deaths haben, eh nicht weniger Deaths haben als du. Report our jungler. Warum denn? Ich glaube, du bekommst den Pint. Hm. Wofür reagiert der da? Ich weiß das auch nicht. Irgendwie sind sich wahrscheinlich am Malza-Hat-Jungle nicht gewohnt. Ich kenne nur Master Yi. Das ist halt, ne? Der Jungle ist so oft das ausschlaggebende Kriterium. Das ist aber das einzige Kriterium, über das man... Meckern mal. Dann sind die gerade eben auch richtig freudig. Wenn ich das so viel verwendet hätte. Ruhig, können wir rein? Ja. Die kommen zurück, können wir rein oder nicht? Hat er was gesagt? Ja, ich sehe die, du siehst du jetzt gerade nicht so wirklich. Ja, ich gehe vor und dann sie beide. Ich muss nur da halt eine Position kriegen. Ja, dann werde ich gucken, dass sie näher kommen. Kann ich ja nicht machen. So, jetzt hier. Vorsicht. Ja, pushen wir zum Tower. Ja. Dieses Mal nicht. Oh, Malza-Hat. Die läuft doch nicht vor mir. Ich habe den Kill bekommen. Geht weiter, Mui. Flux geht auch noch weiter. Ich habe keine Waren mehr. Ja, du hast Auto-Attacks. Ich fühle meine Raketen-Waren. Ja, genau. Oh, Waren denn endlich. Trundle ist oben am Tower. Wo ist Trundle? An deren Tower. Oh, ich kann echt nie zu machen gerade. Ja, sauber. Oh, ich kann echt nie zu machen gerade. Ja, sauber. Oh, ich kann echt nie zu machen gerade. Ja, sauber und dann stirbt. Ja, aber die haben noch ganz gut Schaden an Jinn anbringen können. Ich glaube, Jinn hat auch nicht den Kill bekommen, oder? Ich bin auf dem Weg. Gut. Gut. Wo soll ich mit einem großen Namenbedarf geben? Na, wo? Na, wo? Sollen wir jetzt wieder die Lanes tauschen, das hat gerade eben auch so gut funktioniert? Das müsste aber auch mit gerry dann passen Ja zurück 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 gehen alle top lane alle er alle mit den sorry knall warum luxe die ganze zeit bei dir rumhängt also tp hat hier ist keiner mitzusehen gary was okay hat noch flash na dann wo ich für den drake machen hat er nicht ganz unrecht mit der harald mal über food fackers greift doch mal jinx an wo wir müssen gleich mitte gehen Zauber. Alleine ist gebracht. Okay, my bad. Du bist so Keyguy. Unglaublich. Ne, die waren beide Leute. Ich hab ja gedacht... Ja, das nennt man Keyguy. Nein, den tut man nicht. Warte, ich google es mal kurz. Oh, man schützt da. Ich glaube, bei Keyguy sieht man jetzt gerade dein Konter von. Vielleicht sieht man da Gerys. Ja. Der Mui. Ne. Mui bleibt auch für Türme da. Na, du kannst kein bisschen schießen. Nein. Nein. Ein Tierschützer, Maguire. Ja. So Mui, ich heile dich, dann drehen wir wieder um. Go, go, go. Das war nicht ganz gemein. Extra cool. Ja. So, du hast den Käse bekommen. Hier ist Garen hinter uns gegangen. Freunde. Der Sonne. Ja. Ja. Nur so. Nur so. Nur so. Und das hast du super gemacht. Alter, das ist ja lebensgefährlich, das Viech. Ja. 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 Da hat auch keiner Report Thresh gesagt zum Glück. Ja. Vielleicht wieder Ulti. Ja. Ja. Sollst du hier mal Deathfire Touch einparken, Alter. Ne, das mach ich ja eigentlich über Thunderdots dann. Ich hab keinen Naga. Oh, jetzt werde ich doch wieder weg jetzt. Aber danke, Gary. Oh, fuck. Das kann ich ja angehen. Der Gary und ich räumen die Backline auf. Lux rennt weg. Shundle ist ganz auf der anderen Seite der Map. No, nein. Der hat er nur ult, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, boy. Oh, boy. Äh, das hätte ja wohl nicht... Wäre wohl nicht zu viel dran gewesen. Und mal schnell den Commission Snare da hinzu. Auch so kann man anmachen. Okay. Wie kann man das denn anzeigen lassen? Ach so. Ich glaub, Thresh ist... Also in dem da so eine blaue... Blaue links klickst, ne? Eine blaue Fläche. Blaue Fläche? Ja, wenn deine Skills sind doch so bläulich, zyrenfarben, wenn sie... wenn du zu wenig Mana hast. Ne, du musst Kuh, äh, Steuerung und links klick machen auf die Flächen. Und dann dachte ich, dass sie bereit sind... Ja, aber wenn die auch ausgegraut sind, weil sie zu wenig Mana, dann steht dann nur noch Mana. Wenn dann nämlich... Wenn die nämlich grau sind, voll du Kuh, dann steht da... Not ready. Ja. Das war so klar, dass er da extra hingeht, um den scheiß Hooker auszuführen. Mui ist nochmal zu halten. Ach so, das ist gar nicht Mui. Hier ist gar kein Tower mehr. Können Botlane wechseln. Ah, das gibt's doch nicht. Lebt die blöde Sonana? Ja. Sehr gut. Jetzt wird's interessant. Oh, jetzt hat der mich schon wieder suppressed. Oh, Mann. Mui, du bist auch tot? Wenn du hättest meinen dritten Schuss abgefangen, hätte ich dich im vierten Schuss heilen können. Ja, ja. Ich frage mich über die, wenn wir nicht solche Flächen wissen, dass es wert ist. Ich hätte die Flächen gewonnen. So eine Scheiße. Oh, mein ZH wollte wohl die Laternen nicht nehmen. Error 404, Team not found. Richtig gut ist der Thresh nicht, oder? Finde ich? Nee. Ich finde, dass er so einen Rabatz macht... Also ich habe jetzt noch keine überragenden Hooks gesehen. Hat schon auch ganz gut kassiert bisher. Ich weiß auch nicht, warum er die Münze kauft, aber sie nicht ausbaut. Ich kriege doch viel weniger Knete von dem ganzen Scheiß. Wahrscheinlich. Ich denke mal, dass das Team daran schuld ist. Ja. Die können das sehen? Welcher? Der hier? Wo wir gerade rumhängen? Oh. Können wir weitermachen? Garen, geh doch rein, ey. Wir können doch alle keinen Schaden machen. Meine Fresse. Trunnel ist wieder ganz woanders. Krass. Krass. Ach, scheiße. Bläh sehr schnell, Alter. Du kannst nur an der Thresh. Aber wie der Thresh. Mit einer Trenn. Sie haben keine Smythe. Alter, was ist denn da jetzt los hier? Oh, ich kann mich nicht mehr ansehen. Ich kann dich gleich wieder boosten. Alter Scheiße, hier hinten ist noch einer. Die Tower lebt noch. Man, man, geiler Hook. Man, man, geiler Hook. Enyad, wie ein Hook? Ah, hier ist es dann. And he's got a stun. Fuck. Ui, weg, 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 weg. Nee, andere... Komm, lass Hook sterben, lass Hook sterben. Das ist wie viel Trummel aushält, Alter. Ich kann euch schon... Rechts lang, rechts lang, rechts lang. Geryon, komm von unten. Ja, oder du killst ihn. Ey, ich hätte hier nicht lang gehen sollen. Ich hätte hier einfach nicht lang gehen sollen. Mann, ey! Oh, ist das zum Kotzen! Ich hätte die Fass gekriegt, Mann. Er läuft noch an Thresh vorbei, der wenigstens noch ein sicherer Kill gewesen wär. Ja. Ich wollte Jyn, Mann. Ja! Und, wie lief's? Ja. Alles klar. Ja! Ey, mein Thresh hab ich auch noch gekriegt, Alter. Aus Versehen, ne? Aus Versehen, ist doch doch nur hier. Kick wieder hier, ne? Ja, aus Versehen, aus Versehen, meine Mutter aus Versehen. Das eigene Team hat, äh, Thresh jetzt schon zurecht gewiesen. Jyn Level 15 übrigens, also 1 on 1 vergessen. Das ist Shit, Alter. Was soll das? Ich bin 15,1, ja. Und 50, äh, Farben, ja. Open Nexus. Ah ja, Open Nexus. Komm! Ja, sag doch mal was, Alter! Ja, tickert hier am In-Hip rum. Ich war weg, Alter. Ich will mich doch nicht von Jyn umbringen. Ja, die sind am Nexus. Ist der Nexus kaputt schon? Kann man ja sagen. Doch, ne. Oh, oh! Oh, ich muss weg! Oh! Was für ein Zufall. Oh, was für ein Zufall. Also, dann prüft es in 1 Jyn und er kriegt das Match nicht viel Carried irgendwie. Boah, er hat ja schon so seine Momente. Was ist denn Demnity? Ist das so eine Mischung aus Demigord und Dignity? Hm. Wer kennt's nicht? So. Das ist Reiter für heute. Schönen Tag noch. Danke. Adios! Tschönen Tag noch beiorn. D CNES Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020